Herzlich Willkommen zu den CRTV News aus dem November. Wir konnten euch messebedingt letzten Monat leider keine News abliefern. Sorry dafür. Dafür gibt es aber eine besonders tolle Meldung aus Deutschland. Die jetzige Regierung will endlich Cannabis legalisieren. Die Ampelkoalition will Cannabis zu Genusszwecken in Deutschland legalisieren. Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein, hieß es in dem veröffentlichten Koalitionsvertrag. Auf diesem Wege sollte die Qualität kontrolliert und die Weitergabe verunreichtete Substanzen verhindert sowie der Jugendschutz gewährleistet werden. Das Gesetz sollte nach vier Jahren auf dessen gesellschaftliche Auswirkungen überprüft werden. Gleichzeitig sollen die Regelungen für Marketing und Sponsoring bei Cannabis, Alkohol und Nikotin verschärft werden. Bei der Suchtprävention solle der Fokus vor allem auf der verstärkten Aufklärung von Kindern, Jugendlichen und schwangeren Frauen liegen. Wie nun die ablehnende und abgewählte Partei CDU, CSU damit umgeht, ist abzuwarten. Wie auch die genaue Umsetzung der Modelle, Abwicklung von Lizenzen, Steuersätze und der Umgang mit Cannabis im Straßenverkehr. Polizei entdeckte immer mehr illegale Cannabis-Plantagen. Laut eines Berichts der Neuen Osnabrücker Zeitung fanden die Ermittler 2020 bundesweit mindestens 1529 Plantagen mit jeweils mehr als 20 Pflanzen. Das waren also deutlich mehr als im Vorjahr mit 1.356 professionell betriebenen Plantagen, die aufgeflogen sind. Die Zeitung hatte die Zahlen bei den Landeskriminalämtern der Sundes 16 Bundesländer abgefragt. Nur Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt machten dabei keine Angaben. Die Dunkelziffer bei den illegalen Cannabis-Plantagen gilt dabei als sehr hoch, da private Plantagen meist nur durch Zufall entdeckt werden. Ein Zwölfjähriger macht berauschendes Lagerfeuer. Ja, ein Lagerfeuer der ganz besonderen Art hat ein Zwölfjähriger Junge in Bodenkirchen bei Landshut zusammen mit seinen Freunden veranstaltet. Er verbrannte nämlich die Cannabis-Blüten seines Vaters. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um Cannabis, das der Junge am Sonntagabend von seinem Vater entwendet hatte, aber nicht, um ihn zu ärgern. Ursprünglich hatte er vor, die heimlichen Kräuter seines Vaters zu vergraben. Er entschloss sich aber schließlich mit seinen Freunden dazu, das Cannabis zu verbrennen. Einem Kind wurde durch die Rauchentwicklung schwindelig und etwas übel. Es musste jedoch nicht in ärztliche Behandlungen. Die Polizei brachte den Jungen nach Hause und suchte zunächst das Gespräch mit der Mutter. Als der Vater eintraf, forderten die Beamten umgehend einen Drogentest. Dieser verlief positiv. Daraufhin folgte eine Blutabnahme. Gegen den Vater wird nun wegen Drogenbesitzes und einer Verkehrsordnungswidrigkeit ermittelt. Wir empfehlen Cannabis nicht für Kinder zugänglich zu deponieren. Ja, und jetzt ist Österreich dran. Gesundheitsminister Mückstein äußerte sich über die Cannabis-Legalisierung in Österreich. Bei Voradelberg Live sprach Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein auch über seinen Zugang zur medizinischen Cannabis und einer möglichen generellen Cannabis-Legalisierung. Die Ampelkoalition in Deutschland, an der auch die Grünen beteiligt sind, plant eine kontrollierte Abgabe von Cannabis. Wie sehen Sie das? wurde gefragt. Mückstein, ich habe einen klaren Zugang, nämlich den Zugang als Arzt. Ich habe in meinem Leben viel medizinisches Cannabis als Dronabinol verschrieben und gute Erfahrungen bei verschiedenen Indikationen damit gemacht. Deshalb bin ich der Meinung, dass diese Möglichkeit erleichtert werden soll, dass unter der ärztlichen Verordnung dieses Medikaments den Patienten und Patientinnen zur Verfügung gestellt werden muss. Daran arbeite ich auch. Die Frage einer generellen Cannabis-Legalisierung stellt sich derzeit in Österreich für mich aber nicht. Wie es aussieht, ist es auch nicht geplant, medizinische Cannabisblüten in österreichische Apotheken zu bringen. Südafrika. Hoffnung auf reinigende Kraft der Cannabis-Pflanze. Bei der Goldgewinnung wurden einst und werden teilweise auch noch heute hochgiftige Chemikalien wie Quecksilber, Arsen und Zyanid eingesetzt. Eigentlich sollte die verwüstete Landschaft nach dem Raub des Bodenschatzes von Bergbaukonzernen wiederhergestellt werden. Doch die nahmen es mit den Verpflichtungen nicht so genau oder gingen pleite. Bevor sie zur Verantwortung gezogen werden konnte. Jetzt hat das Grundwassersäure gerade wie Essig. Und von den Abraumhalden wird radioaktiver Staub verweht, der bei Menschen Krebs verursacht. Ein Student hat sich vorgenommen, diesen Missstand ein Ende zu bereiten. Und das soll ausgerechnet mit der Hanfpflanze geschehen. Cannabis ist bekannt für seine reinigenden Kräfte. Wissenschaftler sprechen von Phytosanierung. Die Pflanze hat bis zu 2,5 Meter tiefe Wurzeln, wächst wie Unkraut und in toxische Stoffe auf. Sie wurden bereits in vergifteten Böden der stillgelegten Goldminen gepflanzt und wuchsen munter weiter. Das Gewächs hat seine reinigenden Kräfte schon in Tschernobyl und in dem italienischen Stahlstädtchen Puglia unter Beweis gestellt, wo sich das freigewordene Dioxin einverleibte. Mit Hanf begrünt könnte selbst die Mondlandschaft im Westen Johannesburgs wieder zum Leben entdeckt werden, erweckt werden und zwar zu einem Bruchteil der Kosten, die zur Rehabilitation von Landschaften sonst nötig sind. Sorry. Kanada. Nach der Legalisierung nicht mehr Konsumenten als vorher. In Kanada ist man in Sachen Legalisierung schon einen Schritt weiter. Eines der Ziele der kanadischen Regierung um Premierminister Justin Trudeau war es, den Schwarzmarkt einzudämmen. In manchen Provinzen Kanadas werden Cannabisprodukte teils bis zu 29 Prozent besteuert. Eine erste Bilanz fällt deshalb nach drei Jahren eher ernüchternd aus. Schätzungsweise die Hälfte des verkauften Cannabis wird immer noch auf dem Schwarzmarkt umgesetzt. Der Grammpreis für das billigste Gras beträgt rund 11 kanadische Dollar, also umgerechnet 7,31 Euro. Im Moment ist es in Kanada verboten, in der Öffentlichkeit Cannabis zu brauchen. Coffeeshops gibt es auch nicht. Und somit wurden die einkommensschwächeren Konsumenten die Möglichkeit genommen, in einem legalen Rahmen ihren Joint zu rauchen. Im Gegensatz hierzu darf jeder Volljährige zu jeder Zeit 30 Gramm Cannabis bei sich tragen. Befürchtungen, dass die Zahl der Cannabiskonsumenten durch die Legalisierung dramatisch ansteigen würden und mehr junge Menschen zu Hanfprodukten greifen würden, haben sie jedoch nicht bewahrheitet. Und hier noch eine Meldung, eine wichtige Meldung, wie ich finde. Und zwar gibt es einen neuen Schnelltest für THC auf dem Markt. Ein neuer Schnelltest kann nun erst kurz zurückliegende Cannabiskonsum aus dem Speichel der Konsumenten innerhalb von 5 Minuten nachweisen, wie Forschende des Centers for System Biology in Boston vorgestellt haben. Mit dem Test soll man auch unterscheiden können, ob der Cannabiskonsum bereits 12 Stunden zurückliegt und die Person eigentlich schon wieder nüchtern ist oder ob der Konsum erst kurze Zeit her ist und noch seine psychoaktive Wirkung entfaltet, sprich, ob die Person am Steuer noch high ist. Die Forschenden betonen allerdings, dass der Test noch nicht ganz alltagstauglich sei. Es fehlen noch genauere Untersuchungen zum Abbau von THC im Speichel und sie suchen zudem noch nach Markern, die den Unterschied zwischen regelmäßigen und gelegentlichem Cannabiskonsum ermöglichen. Ja, wir hoffen auf eine schnelle Entwicklungsphase dieses Produktes. In diesem Sinne, wir hoffen, euch haben die News gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Kommentar da. Unterstützt uns vielleicht mit einer Mitgliedschaft. Bleibt gesund. Bis dahin. Alles Liebe. Geh Summe. Grant Lass erwähnen Sie ju ihr